Hallo Fans, willkommen zu einem minimalen Spezialvideo mit einer kleinen Danksagung für über 250 Abonnenten bei YouTube. Vielen, vielen, vielen Dank. Ja, für uns kleine YouTuber ist das schon viel, wenn jemand sagen kann, er hat 250 Abonnenten. Für mich bedeutet es noch mehr, denn ich habe gestern gejubelt, wo ich es gesehen habe. 250, die Sektkorken sind ja fast geknallt. Jetzt könnt ihr euch vorstellen, was passiert bei 300. Nochmal euch alle, ja, wirklich einen herzlichen Dank, dass ihr uns so fleißig unterstützt, uns Kommentare schreibt, uns private Nachrichten schreibt, uns teilt, uns liked, jede Woche und bei jedem Video zuschaut. Und uns auch fleißig bei Facebook unter Fenders Sammler Magazin verfolgt. Ihr seid einfach nur spitze, grandios. Und einige von euch haben ja schon gefragt, vor allen Dingen auch der Ingo, ja, der Ingo, der draußen vorm PC sitzt, der weiß jetzt, wer gemeint ist. Was bedeutet eigentlich BUMO.TV? Ja, ich hatte es ja schon mal angekündigt, bei 230 Abos, bei 250 verrate ich, was BUMO.TV heißt. Und damit werde ich es auch einlösen. Also aufgemerkt, liebe Zuschauer, BUMO.TV heißt ganz einfach Bundesmoderator.TV. Hm, jetzt denken bestimmt einige von euch, wir haben einen Actionfiguren- und Merchandise-Kanal, der Bundesmoderator.TV heißt, warum Bundesmoderator? Ganz einfach. In meiner grauen, grauen Vergangenheit, ja, es betrug sich 2007, ja, startete ich ein Internet-Format, ein Internet-Comedy-Street-Format, namens der Bundesmoderator, die Show. So, ja, dieses Lustige, also ich fand es damals sehr lustig, einige von euch auch noch, ging es darum, dass ich auf die Straße gegangen bin mit Mikrofon und habe Leute hinters Licht geführt. Dann haben wir dieses gesteigert von Jahr zu Jahr, dann haben wir auch sogar Prominente gehabt, damit haben wir auch tolle Prominentensendungen gemacht, wie zum Beispiel ganze Sendungen nur um den Star gestrickt oder wahlweise auf rote Teppiche, auf Messen und was, whatever. Und da blieb BUMO über, ja, weil viele nannten mich denn BUMO, Bundesmoderator abgekürzt. Und das habe ich mitgenommen, denn später mal bei unserem jetzigen, ja, Actionfiguren- und Merchandise-Kanal. Ja, also darum heißt bei YouTube unser Kanal BUMO.TV oder wahlweise kann man auch sagen BUMO.TV, weil dieses Punkt dazwischen ist super wichtig, falls ihr nämlich bei YouTube unseren Kanal googelt, kommt bei BUMO.TV, ja, eine russische Seite hin. Ja, wir hatten auch schon einen kleinen Kontakt, ja, er hat mich auch schon Grüße ausrichten lassen. Also nicht vergessen, BUMO.TV googeln bei YouTube und dann findet ihr auch unseren Kanal. Und damit komme ich eigentlich auch wieder zurück, dass wir richtig happy sind, ja, dass wir wirklich über 250 Abonnenten jetzt haben und wir sind immer stetig benütet, uns zu verbessern, neue Themen aufzugreifen. Und ja, das wollte ich eigentlich mal gesagt haben. Ich wünsche euch einen schönen Tag weiterhin. Bleibt weiterhin sammelwütig. Und auf die nächsten mindestens 250. Und beim 300. Abonnenten, da überlegen wir uns auch nochmal was, ja. Bis dann, einen schönen Tag. Tschüss. Bis dann, einen schönen Tag. Tschüss.